Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe über den Bärenmarkt. Und der Bärenmarkt, das ist eigentlich die Chance für dein Krypto-Portfolio, denn alles, was vor ein paar Wochen ja noch sehr, sehr teuer war, kostet inzwischen nur noch einen Bruchteil. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir einige DeFi-Strategien vorstellen, die du ganz einfach auch in dein eigenes Portfolio einbauen kannst, um nicht nur mit heiler Haut aus diesem Bärenmarkt rauszukommen, sondern auch perfekt aufgestellt zu sein für den nächsten Bull-Market, wenn der losgeht und glaub mir, irgendwann wird auch der neue Bull-Market kommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch so ein bisschen so geht wie mir zurzeit. Mit dem Bärenmarkt, mit dem aktuellen, bin ich jetzt die letzten Wochen eigentlich gar nicht so richtig warm geworden. Ich fand das sehr, sehr anstrengend, ins Portfolio zu schauen. Der Wert des Portfolios ging immer weiter in den Keller. Viele Sachen haben nicht funktioniert. Dann ist auch noch die UST, also die Terra-Luna-Geschichte dazugekommen. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir immer noch im Kopf im Bull-Market-Modus sind. Und leider funktioniert der Bärenmarkt eben komplett anders als der Bullenmarkt. Und wenn man im Kopf noch im Bullenmarkt ist, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Und deshalb zeige ich dir jetzt drei einfache Psycho-Tricks, mit denen du dich schnell umpolen kannst. Von Bull-Market-Modus in den Bär-Market-Modus. Und der erste Trick, der lautet, denke in Krypto und nicht in Fiat. Der zweite Trick lautet, Gier ist gut im Bär-Market. Und der dritte Trick lautet, bring deinen Cashflow in Ordnung. Und diese drei Tricks, um die geht es jetzt in den nächsten drei Videos. Mein Name ist Ned Albo. Mein Kanal heißt Crypto Train Station. Für alle diejenigen, die bei Krypto nur Bahnhof verstehen. Und jetzt geht's los mit der Videoreihe Du gegen den Bärenmarkt. Ich fange dieses Video mal an mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Und zwar, warum ist dieser Bärenmarkt eigentlich so schwer auszuhalten? Und warum ist das Ganze eigentlich im Moment so schwer zu ertragen? Und jetzt höre ich euch im Kopf schon fragen, was redet der da? Guckt der nicht in sein Portfolio rein? Jedes Mal, wenn man da reinschaut, hat man weniger als vorher. Jeden Tag verliert man Geld. Und das kann ja nun irgendwie nicht schön sein. Im Gegenteil, es ist echt schwer auszuhalten. Und was soll diese Frage? Und glaubt mir, ich bin im selben Boot wie ihr. Ich habe keine geheimen Assets in meinem Portfolio, die jetzt dauernd im Wert steigen. Ich habe auch nicht irgendwie den großen Trick parat, mit dem man jetzt dafür sorgt, dass das Portfolio immer mehr wert wird. Das habe ich auch alles nicht. Ich bin in derselben Situation. Ich ärgere mich über viele Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Insbesondere, weil ich es eigentlich besser hätte wissen müssen. Unter anderem UST, Terra Luna, was für eine totale Katastrophe das eigentlich war. Und ich habe es tatsächlich geschafft, das ganze letzte Jahr, seit das UST-Thema, das Terra-Thema, 20% Staking APY auf dem Stablecoin, seit das da war. Ich habe es wirklich geschafft, mich komplett fern von dieser ganzen Geschichte zu halten, weil ich von Anfang an, von Anfang an einen Riecher dran hatte und gesagt habe, so wie das Ganze aufgesetzt ist, wird das früher oder später kollabieren. Und trotzdem, trotzdem habe ich jetzt im Februar angefangen, richtig viel in UST zu stecken, das zu staken irgendwo. Ich habe natürlich auf die damals 17, 18% verzichtet und stattdessen mir an irgendeiner Stelle 30% geholt. Habe mich für schlauer gehalten als den ganzen Rest und hatte dann vor zwei Wochen, vor zweieinhalb Wochen, als UST implodiert ist, ganz schön das Nachsehen. Habe da ordentlich geschwitzt und einige Tage damit verbracht, aus dieser ganzen Nummer mehr oder weniger heil rauszukommen. Ich habe leider auf den Dollar nur noch 70 Cent bekommen. Das Ganze ist ja einmal richtig gecrashed. Und dann ist es nochmal hochgekommen auf ungefähr 70 Cent und genau an der Stelle konnte ich verkaufen, aber super ärgerlich. Ein Großteil meines Portfolios war in dieser ganzen Sache drin und ich habe hinterher überlegt, du hast es echt ein Jahr geschafft, dich davon fernzuhalten und dann machst du auf den letzten Metern diesen totalen Schwachsinn, wo du eigentlich genau wusstest, genau wusstest, dass das passieren wird. Ich will damit sagen, es ist tatsächlich für mich dasselbe. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie euch sagen kann, wie man in diesem Bärenmarkt reich wird. Das Reichwerden, das kommt erst, wenn man diesen Bärenmarkt richtig überstanden hat. Und damit das klappt, ist das Allerwichtigste, dass man seine ganzen negativen Emotionen, die hier in diesem Bärenmarkt andauernd auf einen einwirken, dass man die los wird und zwar richtig effektiv. Und ich möchte in diesem Video einfach mal drei Sachen vorstellen, die du in deinem Kopf ändern musst, um sicher und ordentlich durch diesen Bärenmarkt zu kommen und am Ende als Gewinner rauszukommen. Und damit fangen wir jetzt als nächstes an. So, und der erste und wichtigste Punkt ist, fang endlich an, in Krypto zu denken. Hör auf, in Fiat zu denken. Was meine ich damit? Schau dir den Wert deines Portfolios in Fiat nicht mehr an. Das ist jetzt im Moment nicht mehr wichtig. Schau stattdessen auf deinen Wert, auf den Wert deines Portfolios in einer anderen Kryptowährung, wie zum Beispiel Bitcoin, Ether oder irgendeine andere Kryptowährung, die du gut findest, zum Beispiel Ripple oder sonst irgendwas. Und warum ist das wichtig? Weil wir sind in einem Bärenmarkt. Ich denke nicht, dass sich der Bärenmarkt in absehbarer Zeit ändern wird. Ich glaube nicht, dass der in absehbarer Zeit vorbei ist. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist ein Fakt, den wir jetzt akzeptieren müssen. Es gibt dafür Gründe. Und diese Gründe sind einfach da. Müsste man separat drüber sprechen. Und erst wenn diese Gründe weg sind, gibt es erstmal eine Chance darauf, dass ein Bullenmarkt wiederkommt. Also, die Definition eines Bärenmarktes, das ist ja jetzt unabänderlich, ist, dass der Wert unserer Assets in Fiat gerechnet, in US-Dollar oder Euro sinkt. Wenn ich also meinen Portfolio-Wert permanent in US-Dollar mir anschaue, programmiere ich mich eigentlich selber darauf, mich selbst zu enttäuschen. Ich programmiere mir permanent selbst eine Enttäuschung. Und das ist ganz anders im Bullenmarkt. Im Bullenmarkt ist es so, ich gucke auf mein Portfolio, sehe den Wert in Dollar, steigt, 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 steigt. Und das sorgt jedes Mal, wenn er steigt, dann für so Glücksgefühle, das ist irgendwie so eine Glückshormonausschüttung, ist also im Grunde wie eine Droge. Und auf dieser Droge sind wir im Moment noch drauf. Wir sind nur im Moment im Entzug von dieser Droge. Und das fühlt sich scheiße an. Ganz klar gesagt. So, und damit das endlich aufhört, damit wir uns nicht mehr schlecht fühlen, wenn wir unser Portfolio anschauen, muss das aus dem Kopf raus. Das beste Mittel ist, das Portfolio in Form von Krypto zu betrachten. Warum? Weil ich möchte, wenn der nächste Bullenmarkt losgeht, möglichst viele Einheiten bestimmter Kryptowährungen in meinem Portfolio drin haben. Klar, weil wenn die dann im Fiat-Wert steigen, dann habe ich möglichst viele davon und damit habe ich also im Prinzip das beste Ergebnis erzielt. Was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird, ist, jetzt in diesem Bärenmarkt Krypto-Assets zu identifizieren, die permanent nur steigen. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Und wenn, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich ein Scam. Und das ist auch wichtig, dass man also in Krypto-Einheiten rechnet, damit man nicht permanent auf irgendwelche Scams reinfällt. Weil man muss sich dann jedes Mal überlegen, ist es mir wirklich einen halben Ether-Wert, in dieses Projekt reinzugehen? Möchte ich von den Ether, die ja demnächst im Wert steigen, Ethereum 2.0 und was weiß ich, was noch alles kommt, Sharding und so weiter, die ganzen ETFs oder keine Ahnung, was man sich jetzt im Bullenmarkt alles ausgedacht hat, warum der Ether jetzt auf 18.000 Dollar steigen wird. Das ist ja eigentlich immer noch alles gültig. Also ist es mir wert, diesen Ether abzugeben, jemand anderes zu geben, jemand anderes zu geben, um das, die Anteile an diesem Projekt zu bekommen. Also möchte ich meine Ether wirklich dem und dem geben, der mir das Blau vom Himmel verspricht? Ja oder nein? Wenn ja, wenn die Antwort ja ist, kann man das machen. Wenn die Antwort nein ist, lässt man es besser. Das ist anders, wenn man in Fiat-Währungen denkt, weil man nämlich dann überlegt, naja, ich investiere ja jetzt nur 500 Dollar. Oder gefühlt ist das irgendwie ein, was weiß ich, halber Ether oder so bald, wenn es so weitergeht mit den Preisen. Also ich gebe dem nur 500 Dollar und das ist ja kein Investment. Aber wenn ich überlege, ich habe da gerade einen halben Ether rausgegeben, der demnächst 18.000 Dollar wert ist, dann fühlt sich das Ganze schon anders an. Das heißt also, auch deshalb ist es wichtig, dass man aufhört, in Fiat zu denken, sondern dass man endlich anfängt, in Krypto zu denken und zu rechnen. Und warum ist das Ganze so schwer? Das liegt natürlich an dem Thema Kaufkraft. Weil ich bin darauf programmiert im Kopf, meine Kaufkraft zu bemessen an Euro, liegt natürlich daran, dass in dem Supermarkt andauernd, im Supermarkt andauernd, alle Preisschilder in Euro sind, nicht in Bitcoin oder Ether. Und dass ich, auch wenn ich ein Auto kaufen will, früher, jetzt vor ein paar Monaten, hatte ich meinetwegen irgendwie nur mal 4 Bitcoin. Dafür hätte ich mir ein Tesla Model S kaufen können und jetzt kriege ich dafür nur noch ein Moped. Und weil das so ist, bin ich halt darauf verdrahtet, dass ich jetzt meine Kaufkraft in Euro rechne und nicht in Krypto. Und das fühlt sich dann jetzt permanent schlecht an, weil ich permanent an Kaufkraft verliere. Das ist aber in Wirklichkeit nicht so, denn wenn ich Euros habe, dann gewinne ich dadurch, dass die Kurse sinken, permanent an Kaufkraft dazu. Denn ich kann mir von meinen Euros, angenommen, ich habe jetzt einen Job, eine Stelle, wo ich irgendwie ein Gehalt bekomme in Euro, kann ich mir ja immer mehr Bitcoin kaufen. Und die Bitcoins, wenn die steigen im nächsten Bullenmarkt, dann habe ich quasi meine Kaufkraft vervielfacht. Das weiß ich nur jetzt noch nicht, weil es fühlt sich jetzt im Moment so an, als wenn ich irgendwie, sagen wir mal, 1000 Dollar für irgendwas ausgebe und eine Woche später ist das Ganze nur noch 500 Dollar wert. Und das ist das, was wir ummünzen müssen. Und deshalb müssen wir anfangen, in Krypto zu rechnen. Und weil das wirklich so schwer ist, seine eigene Rübe da mal neu zu verdrahten, gibt es ein paar Sachen, die man hier wirklich machen kann. Und zwar, ich bin jetzt hier bei CoinGecko. Und das ist der Ethereum-Preischart des letzten ganzen Jahres. Und man sieht, wir hatten hier also einen Bullrun. Der ging hier bis zum Alltime-High von 4.700 Dollar ungefähr. Und seitdem geht es eigentlich nur noch bergab, mit so ein paar Zwischenhochs. Und jetzt die letzten Wochen waren natürlich echt brutal. Man sieht es ja hier. Das ist also der Chart gegen den US-Dollar. Und klar, ich meine Alltime-High, seitdem geht es nur noch bergab, ist irgendwie logisch, weil sonst wäre es ja kein Alltime-High. Und das sind alles die Dinge, die im Kopf die ganze Zeit ablaufen und die einen jetzt während des ganzen Bärmarktes immer mehr frustrieren. Und also weg damit. Was kann man hier machen? Das Erste, was ich mal mache, ist, ich stelle einfach mal um auf den Bitcoin als Währung. Das heißt, ich habe hier den US-Dollar vorher drin gehabt und ab jetzt schaue ich die Kurse nur noch in Bitcoin. Warum eigentlich nicht? Dann sehe ich doch, was ist relativ zum Bitcoin teurer geworden und was ist billiger geworden im Vergleich zum Bitcoin. Also man sieht hier jetzt, dass also Ethereum im Vergleich zum Bitcoin im Wert gesunken ist. Also heißt das, wenn ich Bitcoins habe, bekomme ich für meine Bitcoins mehr Ether. Wenn ich Ether habe, bekomme ich für meine Ether weniger Bitcoins. Wenn ich also in Krypto rechne, dann habe ich hier schon direkt vor der Nase, ohne dass ich irgendwas groß rechnen muss oder irgendwelche Formeln brauche oder so, eine Handlungsanweisung. Das ist ein Call to Action, den ich hier sehe. Nämlich, ich habe Ether, kaufe ich keine Bitcoins. Das ist doch logisch, weil ich viel weniger Bitcoins kriege als noch vor ein paar Wochen. Dagegen habe ich Bitcoin, kann ich doch Ether kaufen, weil es wird ja irgendwann alles wieder steigen. Also kann ich im Grunde den Wert meines Portfolios nach und nach optimieren, indem ich mir einfach diese Kurse relativ zueinander anschaue. Und am besten ist es, wenn ich mir ein bestimmtes Asset aussuche, gegen das ich alle anderen Assets rechne und das ist das Asset, das ich am meisten akkumulieren möchte. Und dann reicht ein Blick auf diesen Chart. Also das heißt, würde ich jetzt Ether akkumulieren wollen, dann wüsste ich jetzt, ich rotiere aus dem Bitcoin in den Ether. Ja, und natürlich, der Dollarwert meiner Ether wird dadurch sinken. Ich vernichte den Dollarwert meiner Ether. Aber das ist doch nur vorübergehend. Das ist nur bis zum nächsten Bull Market. Danach sieht die Situation ganz, ganz anders aus, weil ich nämlich richtig, richtig viele Ether in meinem Portfolio habe. Und das ist eine Möglichkeit, die Ether-Anzahl in meinem Portfolio zu erhöhen. Und das ist schon mal wichtig, dass man seine Anzeige hier bei zum Beispiel CoinGecko, gibt es aber auch bei CoinMarketCap, einfach umstellt von Fiat auf eine Kryptowährung, für die man sich interessiert. Jetzt gibt es hier in der Liste nicht so viele verschiedene Kryptowährungen zur Auswahl. Dafür gibt es dann aber andere Charting-Tools, TradingView und so weiter, wo man auch zwei Assets im Verhältnis zueinander konfigurieren kann. Aber für den, sagen wir mal, nennen wir es mal Hausgebrauch oder so, für den Anfang reicht das hier. Auch um sich wirklich mal dran zu gewöhnen, warum nicht einfach mal das Experiment machen, eine Woche lang sich irgendeine Kryptowährung hier aussuchen, die einen interessiert und die Kurse eine Woche lang einfach nur in dieser Kryptowährung beobachten und mal versuchen herauszufinden, was einem dann die Preisbewegungen so sagen wollen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, ich möchte gerne Polkadot akquirieren. Also ich interessiere mich jetzt dafür, Polkadot zu kaufen, weil ich glaube, dass Polkadot das größte Wachstumspotenzial hat, mehr als Ether und mehr als Bitcoin. Kann ja sein. Marktkapitalisierung von Polkadot ist ja deutlich niedriger als Bitcoin oder Ethereum. Das heißt, das Wachstumspotenzial ist wahrscheinlich sehr viel größer. Und also Polkadot ist jetzt mein Ziel zu akquirieren. Dann gucke ich mir eine Woche lang mal alle Kurse an in der Währung DOT. Und dann sehe ich, dass zum Beispiel jetzt über Nacht der Ether gegenüber dem DOT um 1,2% gestiegen ist. Was heißt das? Das heißt, dass ich mehr DOT bekomme für einen Ether als gestern noch. Wenn ich also Ether habe, könnte ich mir überlegen, dass ich jetzt Ether kaufe, indem ich Ethereum verkaufe. Ist jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht so spannend, weil ich hier eine Steigerung von 1,2% mitnehmen kann. Aber das ganze Prinzip wird glaube ich einigermaßen klar. Einfach mal Experiment. Eine Woche lang CoinGecko. Keine Fiat-Währung mehr, sondern nur noch DOT. Auf einmal sind die Kurse alle grün. Und das fühlt sich doch schon wieder ganz anders an. Bis zum nächsten Mal.